Mit der weltweiten Klimaerwärmung breiten sich nun auch in Sachsen Tierarten aus, die ihren Lebensraum eigentlich weiter im Süden haben. Ein Beispiel ist das Taubenschwänzchen. Die südlichste Grenze ihrer Verbreitung ist Nordafrika, über den Nahen Osten, Pakistan bis hin nach China und Japan. Die nördlichste Verbreitung beginnt im Norden von Frankreich und verläuft über Nordeuropa bis in die Türkei. Diese Art gehört zur Ordnung der Schmetterlinge und zur Familie der Schwärmer Nachtfalter. Als Nachtfalter ist das Taubenschwänzchen auch am Tag sehr aktiv und fliegt in einer enormen Geschwindigkeit von Blütenstand zu Blütenstand. Das Taubenschwänzchen ist ca. 2,5 cm lang und hat eine Flügelspannweite von 40 bis 50 mm. Als Zugfalter überquert diese Art die Alpen und gelangt so auch zu uns. Es kann vorkommen, dass diese Art Falter in zwei Wochen eine Strecke von 3000 km zurücklegen, wobei sie eine Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde erreichen können. In den Monaten August und September kann man diesen Falter im Schwärflug an Blüten mit reichlich Nektar beobachten. Der Flug ist spektakulär und erinnert sehr an Kolibris. Flügelschläge von 70 bis 90 mal in der Sekunde sind normal. Das Taubenschwänzchen fliegt vorwärts wie rückwärts und seitwärts oder steht bei der Nektaraufnahme im Schwärflug still in der Luft. Es fliegt von Blüte zu Blüte in einer enormen Geschwindigkeit, die ihresgleichen in der Natur sucht. Im Schwärflug ist der lange Saugrüssel gut zu sehen, wie er in der Blüte nach Nektar sucht. Bei dieser Art zu fliegen verbraucht der Falter viel Energie. Deshalb ist er ständig auf der Suche nach Nektar, um seinem Körper den Treibstoff zu geben, den er braucht.